Ich bin Christian, einer der Gründer von The New Company. Wir sind ein junges und nachhaltiges Food-Startup aus Dresden. Wir machen Schokolade und Shakes, die gut für einen selbst sind, aber auch gut für die Umwelt. Mit plastikfreien Verpackungen und für jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt. Ich setze mich für Fridays ein, weil ich glaube, dass wir das ganze Thema nicht alleine Politik und Wirtschaft überlassen können, sondern dass wir andere Hebel umlegen müssen. Ich mache das Ganze mit meinem Team mit Konsumgütern, die man draußen kaufen kann. Aber ich glaube, Dokumentationen sind auch ein wahnsinnig gutes Instrument, um dem ganzen Thema ein Gesicht zu geben, um dem ganzen Thema ein bisschen mehr Gehör zu verschaffen und einfach zu zeigen, dass jeder Einzelne etwas verändern kann. Ich glaube, dass Dokumentationen tatsächlich Lebensstile verändern können. Also bei mir persönlich war es auch so. Ich habe Dokumentationen geguckt und habe jetzt andere Kleidung an und anderes Essen. Von daher haben sie einfach eine wahnsinnige Power, Menschen zu inspirieren. Und deswegen glaube ich, dass Filmemacher unterstützt werden sollten, die solche Themen angehen und sie auf die Leinwand bringen.